Hallo, mein Name ist Herr Gloni Lubienger, ich mache eine Ausbildung zum Verkäufer. Hallo, ich heiße Elif Kaplan, ich mache eine Ausbildung zur Fachverkäuferin an der Frischetheke bei Edeka Paschmann. Hi, ich bin Kevin Dierks und ich mache ein duales Studium bei Edeka Paschmann. Hallo, ich bin der Herr Hese und ich mache eine Ausbildung zum Frischenspezialisten. Hallo, ich bin Valeria Lapuatra, eine junge Mutter und mache eine Teilzeit-Ausbildung bei Edeka Paschmann. Hallo, ich bin Viktoria Paschkowski, ich arbeite bei Edeka Paschmann und mache eine Ausbildung als Kauffrau im Einzelhandel. Hallo, mein Name ist Jan Tönnis und ich mache eine Ausbildung zum Handelsfachwirt bei Edeka Paschmann.